Was geht ab, Leute? Schön, dass ihr wieder am Start seid. Heute geht's in einem echt kurzen Video darum, ein paar Eindrücke über ArcheAge Unchained zu vermitteln. Für die Leute, die es noch gar nicht kennen oder die schon lange nicht mehr gezockt haben und nicht mehr so ganz wissen, was abgeht. Jetzt! ArcheAge Unchained ist ein gigantisches Sandbox-MMO mit einer faszinierenden Spielwelt und nahezu unendlichen Spielmöglichkeiten. Es gibt ein riesiges Housing-System, wo man in einzelnen Bereichen auf der Karte sein Haus frei platzieren kann. Es gibt eine riesige Berufsauswahl. Es gibt ein riesiges Handelssystem, wo man via Land, Luft und Wasser gewisse Pakete transportieren kann. Es gibt riesige Gildenkriege und Belagerungen, wo Gilden ihr eigenes Territorium beanspruchen können, wo dann Leute ihre Häuser platzieren können und die Gilde kann Steuern von den Leuten nehmen. Es gibt riesige Seeschlachten. Man kann Schiffe bauen und mit seinem eigenen Schiff die See erkunden. Man kann angeln auf seinem Schiff. Man ist unterwegs zu Land, Luft und Wasser. Es gibt jede Menge Mounts. Es gibt Gleiter mit verschiedensten Fähigkeiten. Es gibt jede Menge Dungeons. Es gibt jede Menge PP... P... Pam... Jede Menge PvP-Instanzen. Es gibt riesiges Open-World-PvP. Es gibt PK. Das heißt, man kann in gewissen Kriegsgebieten seine eigenen Leute töten. Andere Leute können dann diese Verbrechen melden und man bekommt negative Punkte. Und ab einer gewissen Punktzahl muss man sogar ins Gefängnis. Man kann gewisse Sachen im Spiel nicht mehr benutzen. Ja, und wird dann irgendwann, wenn man genug Verbrechen begangen hat, zum Pirat. Wobei es da nur pro Server, ich glaube, maximal 100 geben kann. Ja, unterm Strecke lässt sich sagen, Arcade Unchained ist wirklich ein riesiges Sandbox-MMO. Es bietet sehr, sehr, sehr viele Beschäftigungsmöglichkeiten und mir macht es einen Haufen Spaß. Und ja, schaut vorbei. Am 15.10. ist der Release. Das ist jetzt am Dienstag. Ja, wir sehen uns auf dem Server Alexandros. Oder Alexander? Irgendwie so. Macht's gut, Leute. So, Mann. Jetzt noch hoffen, dass das unter zwei Minuten war.